Der Karate-Killer des Todes Er hat ihn wieder versucht und er hat sogar dafür sein Leben hergegeben In seinem fast ausweglosen Kampf für die Gerechtigkeit trifft er eines Tages auf seinen Bruder, der einer Gangsterbande angehört und den Auftrag hat, ihn zu töten Hört auf! Ich bitte euch! Hau! Ringe! Ling Fu, der Karate-Killer des Todes Der neuste Film aus der berühmten chinesischen Karate-Serie Alle gegen Einer Einer gegen Alle Gegen Fallspiel, Erpressung und Mord Ich muss dir sagen, es war ausgesprochen dumm von dir, hier in Sands Angebot abzuwählen Ich mag eure Arbeit nicht, vergiss es! Ich wüsste was besseres als eure Unterhaltung Hey, Meister, was ist denn das für ein Schmetterling? Einer mit geknickten Flügeln Ach Quatsch, sie ist heiß Unheimlich heiß Was soll das? Hey, was machst du da? Blei! Das dachte ich mir doch, ihr betrügt hier! Glaub mir doch, ich hätte ihn natürlich auch gleich umlegen können, aber warum? Blink Fu, der Karate-Killer des Todes Glaub mir doch, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst!